Hi, ich bin in Holloway und heute gebe ich euch dann einen kleinen Tipp für kurzen Putts. Kurzen Putts sind sehr problematisch für die meisten Golfer. Warum? Erstmal, dass die meisten Leute richten den Ball nicht richtig aus und zweitens, dass die dann bewegen viel zu viel. Der erste Tipp ist, nehmt das Logo auf den Ball hier und richtet den Ball richtig auf. Nehmt ein bisschen Zeit da, so in diesem Part ist das Mittelloch, richtet den Ball richtig aus und dann das zu überprüfen, halt die Schläge hier und dann gucken mal, ob es gerade ist. Der zweite Tipp, was ihr dann trainieren kann, wenn die Sonne scheint, ihr könnt dann zu den Schatten drehen hier und in dieser Ansprechposition, hier könnt ihr in meinen Schatten gucken und dann guckt mal, ob ich da stabil bleibe, ob ich meinen Kopf bewege, mein Bein bewege und ob ich richtig stabil sind. Dann kommen wir wieder zu dem Putt, nehmen ein bisschen Zeit hier, Putts euch richtig auszurichten und dann Putt hier mit einem stabilen Körper. Wenn er stabil bleibt, dann lockt ihr dann viel mehr Putts. Dreh 6. Dreh 6. Dreh 7. Dreh 8. Dreh 9. Vielen Dank.